Aller Anfang ist schwer. Unser zinsgünstiges Darlehen Berlin Start hilft Ihnen bei den ersten Schritten zur Unternehmensgründung. Dabei ist das Darlehen für alle Branchen geeignet. So können Sie zum Beispiel eine Physiotherapie eröffnen, Ihre eigene Produktion vergrößern oder sogar ein bestehendes Geschäft übernehmen. Egal ob Neugründung, Investitionen zum Unternehmensausbau oder Betriebsübernahmen. Berlin Start bietet mit seiner variablen Darlehenshöhe bis zu 250.000 Euro die nötige Flexibilität. Das Darlehen richtet sich an Gründer und junge Unternehmen mit Investitionsort in Berlin. Wir achten auf ein schlüssiges Geschäftskonzept und die notwendigen fachlichen und kaufmännischen Qualifikationen. Berlin Start hilft langfristig als Gründungsmotor. Bei einer Laufzeit von sechs bis zehn Jahren können die ersten beiden Jahre sogar als tilgungsfrei vereinbart werden. Der Zinssatz ist stets gleichbleibend. Das Darlehen läuft ganz einfach über die eigene Hausbank. Als Besonderheit sichert die integrierte Bürgschaft der BBB-Bürgschaftsbank 80 Prozent der Darlehenssumme ab. Für Ihre Hausbank werden somit Sicherheiten ergänzt. Ihr Darlehen kann ohne zusätzlichen Antrag einfach und schnell umgesetzt werden. Die notwendigen Unterlagen erhalten Sie auf unserer Internetseite oder bei Ihrer Bank. Reichen Sie die Dokumente bei Ihrer Hausbank ein. Nach Vorprüfung werden die Unterlagen an die Investitionsbank weitergeleitet. Zusammen mit der Bürgschaftsbank wird in der Regel auf Grundlage unserer gemeinsamen Expertise am Standort eine Entscheidung herbeigeführt. Danach können Sie mit Ihrer Hausbank den Kreditvertrag abschließen und mit Ihrem Vorhaben beginnen. Der Auszahlungsbetrag beträgt 100 Prozent der Darlehenssumme. Werden Sie mit Berlin Start Teil der Berliner Erfolgsgeschichte. Investitionsbank Berlin – Leistung für Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.ibb.de slash Berlin Start.